ARD Text im Auftrag von funk Dembélé, Dembélé Ausgleich, Ousmane Dembélé rettet ihnen einmal mehr den Kurs Correa, Correa mit dem Ausgleich in Minute 94, der Edeljoker rettet hier Lazio Direkt, und das war natürlich ein Riesentrepper, Lübde Jung, Fallrückzieher, zwölftes Saisontor Torres, da hat er die Chance, Fernando Torres, er macht ihn, kaum gesehen, plötzlich aufgetaucht, das ist klasse Radamel, Falcao, und drin ist er, 1-0, AS Monaco, fünftes Saisontor, wunderbar über die Mauer gezickelt Der Pau, der Pau, das macht er stark, gegen Jesus und die Führung für Udinese Calcio, Rodrigo de Pau trifft Das ist ein feiner Ball in die Sturmspitze, und das ist das 1-0 Christian Rivera lässt Huesca jubeln, Supertreffer Jetzt wird's, Thauvin, und er ist drin! Super Freistoß von Florian Thauvin, der den Doppelpack schnürt und David nicht nur sein 8. sondern auch sein 9. Saisontor erzielt 90 plus 14 und das Drehbuch will es vielleicht so, dass jetzt doch noch was passiert Der Torhüter auch dabei, das gibt es nicht, das gibt es nicht! Juli, Rokutan, 3 zu 3, 100 und 4. Minute, ja bist du deppert!